Hallo liebe YouTuber, ich grüße euch. Schön, dass ihr hier auf dem Channel seid und schon eifrig Folgen von Liebe im ersten Semester gehört habt. Falls ihr es nicht erkannt habt, ich habe da mitgemacht. Und zwar habe ich den Henrik gesprochen, aber das wisst ihr natürlich. Wir haben was ganz Tolles für euch, wir haben nämlich ein Gewinnspiel. Und zwar möchten wir dafür eure Interpretation vom Song Liebe im ersten Semester. Ob ihr das singt, ob ihr das rappt, ob ihr das trailert, das ist total euch überlassen. Sprechgesang, ihr könnt auch einfach nur per Ausdruckstanz die Message transportieren. Total egal, überrascht uns, macht was total crazy. Wir freuen uns und es gibt auch was zu gewinnen. Und ansonsten gibt es hier neue schöne Folgen. Also dranbleiben, anklicken und anschauen. Tschüssi, euer Olli.